Heyho und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play Minecraft Tackle und das waren mehrere Zurücks, als ich eigentlich wollte, aber hier sind wir wieder. Ich hoffe, dass von den Mikrofon-Settings her was passt, äh, alles passt. Wenn nicht, schreibt mir das Video in die Kommentare, und zwar habe ich vorhin irgendwas mit Audacity ausprobiert und dann hat sich irgendwie die kompletten Mikrofon-Einstellungen verändert und jetzt, äh, bin ich traurig. Aber, ähm, falls alles noch normal sein sollte, super, falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Ähm, diese Folge könnte übrigens nur 5 Minuten lang werden, könnte aber auch eine Stunde lang werden. Ne, wie weiß, ähm, entweder normal lang oder ganz kurz, ähm, könnte jederzeit plötzlich aufhören, denn ich warte momentan auf den lieben Rytos, der wollte heute vorbeikommen. Und, ähm, dementsprechend, äh, wann er kommt, äh, muss ich dann halt aufhören. Ähm, naja, deswegen werden wir jetzt auch des Weiteren kein Gesprächsthema behandeln. Ähm, wir haben ja noch ein vorgeschlagenes, aber wir werden hier noch ein bisschen weiter bauen oder abbauen, sag ich jetzt einfach mal. Denn das muss ja auch irgendwann gemacht werden. Und ich würde mir gleich eben schnell eine Axt craften und würde dann da hinten gehen und weiter Bäume abpflanzen. Denn da fehlen doch noch einige Bäume, die da noch im Weg stehen, sag ich jetzt mal. Gut, wir haben noch Platz dafür. Oh Gott, ich muss gleich niesen. Oh Gott. Ah, damn, ich bin immer noch nicht ganz gesund. Ich werde immer wieder krank, das ist unglaublich. Naja, ich glaube, oh Gott, ich muss gleich wieder niesen. Oh Gott, oh Gott. Ja, tschi. So. Irgendwie schon geil zu niesen. Oh nee, es kribbelt schon wieder. Was soll das? Was soll das? Gut, please. Naja, kann passieren. Und die Creeper, die haben halt so, die können sich nicht kontrollieren. Oh Gott, ich muss gleich wieder nennen. Können sich nicht kontrollieren. Oh Gott. Boah, Alter. Oh my shit. Damn, das sieht schön aus. Und das ist auch eine schwebende Arena. Mal was Neues. Oh Gott, ey. Mein, ich hab das gerade echt genossen. Versteht ihr Wortwitz? Weil ich niesen musste, hab ich das genossen. Versteht? Oh, war das gut. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Back in the Streets sind wir. Schon wieder. Ey, zurzeit geht's um Unterbrechungen während der Tag. Das ist schlimm, gell? Letzte Folge schon zwei Cuts waren es, glaube ich. Diese Folge gibt es jetzt schon einen Cut. Mann, oh Mann. Das ist ja fast schon wie in einer WG, wo man die ganze Zeit gerufen wird. Ich werde aber gar nicht gerufen. Ich, na, gut. Wir wollen jetzt, ihr könnt jetzt spekulieren. Warum? Warum macht Linus da Cuts? Warum? Warum war das so? Was ist passiert? Ist wer gestorben? Nee, werdet ihr es nie erfahren. Oder vielleicht doch, weil ich es euch einfach sage. Aber tue ich nicht. So. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Erde. Damit wir da hinten noch die Löcher füllen können. Ich kann mal hier noch das ganze Zeug zurücklegen. Wir nehmen uns hier noch ein bisschen Erde. Wir können aber auch mal zur Abwechslung, weil wir jetzt die ganze Zeit mit Erde rumbauen. Weil ich will halt nicht immer das Gleiche machen. Ich finde das ein bisschen lame, wenn wir die ganze Zeit an dem gleichen Zeug rumbauen. Deswegen habe ich auch so viele Projekte auf einmal momentan. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir bauen hier mal ein bisschen weiter. Das muss ja auch irgendwann gemacht werden. Entschuldigung. Ich muss das Nase ziehen. Ja, ich habe an eurer Nase, ich bin so meine Hand kam so aus dem Bildschirm. Und hat eure Nase gezogen. Also falls ihr gerade einen Zucken gespürt habt. Entschuldigung, das war ich mit meiner Ghost Hand. Auf Doom. So. Wir bauen jetzt diesen wunderschönen Turm. Und diese zwei Türme, die werde ich auch, wer das Kommentar von dem lieben Tim gelesen hat. Der hat ja nochmal jetzt genauer erklärt, wie wir das hier bauen. Und zwar werden wir hier einen Steg rausbauen. Und dann werden wir da vorne einen Turm setzen und da vorne einen Turm setzen. Und meine Überlegung wäre dann, wir machen dann da hinten noch einen Turm. Und ganz da vorne rechts noch einen Turm. Und dann wird das wie so ein Ring um unsere Burg sein im Wasser. Wie, also wir haben ja da so eine Halbkreis Mauer. Und diese Mauer geht einfach übers Wasser weiter durch diese Türme. Und die Türme werden wir dann vielleicht verbinden, vielleicht auch nicht. So wie es dann halt kommt, muss man mal schauen. Aber das wäre so jetzt meine Idee. Könnt gerne schreiben, was ihr dazu meint. Wenn ihr es einigermaßen versteht. Wenn nicht, wartet einfach ab und schaut, was dabei rauskommt, wenn ich es baue. So, wird wahrscheinlich ganz schön aussehen. Ich stelle es mir ziemlich, ziemlich cool vor. Muss man dazu sagen. Also so beide Vorstellungen dazu sind ziemlich cool. Könnte sein, dass die anderen... Oh, guck, der Turm hört da ja sogar auf. Das heißt, wir können den sogar fertig bauen. Das ist sehr cool. Guck mal, das habe ich gar nicht bemerkt. Nice. Falsch. So, jetzt. Warte mal, wie war das jetzt mit den Turmen? Wenn die aufhören, dann ist... Dick. Ist dann Dick? Oh. Echt jetzt? Ist ja blöd. Dann müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt da... Ups, Entschuldigung. Ich kann irgendwie das Fliegen nicht richtig kontrollieren. Bin zu blöd dazu. So, hier haben wir jetzt schon die Probleme gehabt, mit wo der Eingang ist. Ja, so ist das Leben. So. Und dann, tada. Hier ist der Eingang. Geht es höher und 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 höher. Oh, da sind wir. Ey, das passt perfekt. So, das heißt, wir können das hier eigentlich abreißen. So, das heißt, das muss alles eine Etage tiefer. Aber, das macht ja jetzt gar keinen Sinn mehr, dass da... Obwohl, man könnte schon einen Turm draus machen. Das wäre bestimmt cooler aus, wenn das ein Turm wird. Sprich, dass es dann noch eine Etage drüber geht und man hier einfach raus kann. Vielleicht sieht das ganz gut aus. Ich stelle es mir jetzt ziemlich gut vor. Hm. Ja, ich mache das. Ich mache das. Finde ich eine gute Idee. Finde ich eine ziemlich gute Idee. Okay, dann machen wir doch da jetzt weiter. Und jetzt dachte ich gerade so, ey, jo, wir haben was geschafft für diese Folge. Wir haben den Turm gleich fertig und so. Und jetzt kommt so, hm, ne. Leider nein. So ist das Leben. Wow. Oh. Wir brauchen... Ach, wir müssen auch diesen Stumpf da wieder nach oben ziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo endet das Stockwerk? Also, wie hoch will ich da noch gehen? Wie weit will ich denn in die Höhe? Mit diesen Dingen. Ziemlich weit. Finde ich geil. Irgendwie rede ich scheiße. Sieh mal. Guck, wenn ich kein Gespräch... Warum nehme ich mir... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Folge wird jetzt wahrscheinlich eh wieder zu ganz normal lang, weil der Writer sich verspätet und dann lohnt sich das eh nicht, was ich hier mache. Ach ja. So ist das Leben. So, hier warte... Hier muss ich... Okay, Half Slabs benutzen. Habe ich den Half Slabs? Oh, ich habe ein Half Slab. Uh, Respekt. Den kann ich hierfür benutzen. So, haben wir unseren ersten Half Slab. Machen wir das hier so fertig. Dann muss ja auch noch... Die Gitter müssen ja wieder außen rein. Muss ich gucken, weil geht es dann noch höher? Ah ja, da geht es noch höher, aber eigentlich geht es nicht höher. Okidoki. Gut zu wissen. Half Slab da drauf bauen, wäre auch hässlich. Man könnte natürlich... Ne, das sähe auch blöd aus. Wenn wir das noch eine Etage höher machen. Nur um dann den Half Slab zu verdecken. Also dann dachte ich mir, dass man hier jetzt noch eine Etage aus Half Slabs drauf machen kann, aber das sähe irgendwie komisch aus, glaube ich. Machen wir es doch lieber so, dass man den Half Slab sieht. Das hat dann doch ein niceres Feeling, glaube ich. Wir haben keine Tür zufällig dabei, schade. Müssen wir gleich noch eine Tür craften. So. What? Oh Gott, ich wäre fast nicht hochgeflogen. Ach du Scheiße. Ja, irgendwann sterben wir dabei noch. Wisst ihr noch die Folge mit dem lieben Max, wo Max ist so mega hochgeflogen und hat dann gesagt, ey, los, guck mal. Ist also runter... Ich will dir was zeigen. Und dann bin ich mit ihm hochgeflogen und dann hat er sich runterfallen lassen und hat gesagt, ey, los, mach auch mal. Und dann habe ich mich runterfallen lassen und ich bin auf übelste einfach verreckt auf dem Boot geknallt. Warum? Der Max hatte einfach seine Rüstung auf nichts, wenn ihr das noch wisst, auf full, meine ich, und sein Jetpack auf fast gar nichts an Stärke. Und ich gehe noch andersrum. Ich hatte meine Rüstung auf fast gar nichts an Stärke und mein Dings voll... Alter, ich bin so hart auf dem Boden geklatscht, das war so lustig. Falls ihr euch noch daran erinnert. Es war auf jeden Fall eine ziemlich coole Folge. Also, das war echt totaler Reinfall. Totaler Fail, was wir da abgezogen haben. Oh, wie kommst du? Kannst schon Treppen benutzen. Respekt, du, du lernst dazu. So, können wir erstmal neue Steine craften. Muss ja auch mal sein. Jetzt brauchen wir eine Workbench. Ey, da steht... Dass ich überall mit einer Workbench hinsetze. Ich finde das brutal klasse. Props to me, muss ich da mal sagen. So, das passt. 18 Stück. Damit können wir das hier ausfüllen. Das hier ausfüllen. Und dann können wir gleich noch das Stockwert fertig bauen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kann man laufen, ohne dass das einen behindert. Das geht noch. Ich glaube, das geht nicht mehr, gell? Da kommen wir nicht mehr durch. Ja. Okay, soweit dann ist hier unser Turm fertig. Wunderschöner Turm. Geht noch eine Etage höher, als er eigentlich sollte. Hier kann man rein, beziehungsweise raus. Da können auch noch zwei Fackeln an die Tür. Ach ja, wunderschön. Und jetzt müssen wir aber eine Etage tiefer und müssen das Problem, das da ist, fixen. Und zwar, hier ist ja das wunderschöne Problem mit der Höhe. Wie wir das jetzt beheben, ist natürlich eine Frage. Die wir natürlich schnell beantworten, so professionell wie wir sind. Ich würde einfach jetzt spontan sagen, entweder wir könnten da nochmal einen Treppenrundagang bauen. Oder wir bauen so, so, so. Ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Und da muss ich auch schon weg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Hund dreht durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Links könnt ihr klicken, um zur letzten Folge zu gelangen. Rechts könnt ihr klicken, um zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und oben könnt ihr klicken auf das Techland-Logo, um zur Playlist zu gelangen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.